Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem Video, zu dieser Bildbesprechung am Bildbesprechungssamstag. Mein Name ist Frank Fischer und heute mache ich mit dir zusammen eine Sonderfolge, eine Sonderfolge zum Thema Streetfotografie. Das ist auch der Grund, weshalb meine Streetausrüstung hier vorne schon mal bereit liegt. Mehr dazu direkt nach dem Intro. Ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Frank Fischer, ich bin Fototrainer und Inhaber bei der FH-Fotoschule und wir machen auch Streetfotoworkshops, insbesondere in der Kombination mit der Schwarz-Weiß-Umwandlung. Das Ganze machen wir in Köln, in Karlsruhe und in Hamburg. Wenn dich das interessiert, folge dem Link in der Infocard. Ich selber mache Streetfotografie überwiegend im Ausland und auf Reisen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ganz besonders viel Spaß macht es mir in Asien. Wir fahren ja jetzt im Herbst, Ende November nochmal nach Hongkong. Das wird bestimmt eine richtig, richtig coole Zeit werden und auch der ideale Spot für die Streetfotografie. Da nehme ich in aller Regel das, was hier gerade im Kreis dreht. Das ist eine Pen F von Olympus zusammen mit einem 17mm Blende 1.8. Das ist eine schöne kleine Kombination. Telefon klingelt. Ich gehe gleich ran. Ja, das ist eine schön kleine Kombination, die dafür sorgt, dass man unauffällig auf der Straße unterwegs sein kann. Und da bin ich gespannt, was wir heute sehen. An vielen EXIF-Daten kann ich ja sehen, was im Prinzip an Kamera-Equipment benutzt wurde. Da könnt ihr wieder sagen, ja, nicht die Kamera hat das Foto, sondern der Fotograf. Auf alle Fälle. Aber bei der Streetfotografie hilft es natürlich, wenn man unauffällig unterwegs ist, wenn man nicht sofort als Fotograf erkannt wird. Und wenn man vielleicht auch ungesehen eben ein unbeobachtetes Foto machen kann. Und dabei hilft sicherlich auch die passende Technik. Jetzt schalten wir rüber auf meinen Rechner und dann gucken wir mal, was heute eingesandt wurde. Bild Nummer 1 für heute ist von Andreas Groth. Andreas hat irgendwo am Rheinufer fotografiert, wenn ich das richtig sehe. Und auf alle Fälle, Andreas, was du so gut gemacht hast, ist, du hast es schön weitwinklig gehalten. Das gefällt mir so ganz gut. Das wäre natürlich leichtes gewesen, ein Schwarz-Weiß loszumachen. Auf der anderen Seite finde ich die Farbe von diesem E-Scooter tatsächlich in dem Rot ganz okay, weil das machen wir uns jetzt vor. Das sollen natürlich auch die beiden Personen hier im Vordergrund der Hauptmotiv sein. Das ist auch einigermaßen gelungen. Die könnten vielleicht ein bisschen noch besser vor der Skyline stehen. Also du, wenn du dich noch ein bisschen bewegt hättest, hätte das wahrscheinlich geholfen. So, dass der Dame nicht gerade hier das Hochhaus aus dem Kopf wächst. Was mir total auffällt, sind chromatische Aberrationen. Also wird es keinen Morgen geben. Also besonders stark sichtbar auf der rechten Seite, dort am Geländer und am Fernsehturm. Das habe ich jahrelang nicht gesehen. Also, was ist das hier? Lass ich mal kurz gucken. Okay. Okay, das ist ein M-Objektiv von Canon in 22mm, Blende 2 STM. Ja, ist ja leicht behoben, wenn man ehrlich ist, aber ich finde die wirklich ganz, also heftig und sehr offensichtlich. Die lila Säume doch rechts am Rand. Ja, ansonsten eine ganz gute Flucht der gesamten Szenerie und ein ganz okay gemachtes Street-Foto. Dann haben wir hier von Axel Tenter diese Aufnahme und der Axel, der hat auch irgendwo am Ufer fotografiert. Da weiß ich nicht ganz genau, wo das ist. Was man dem Bild ansieht, ist, dass wahrscheinlich Axel dort gesagt hat, okay, ich warte mal darauf, dass es kommt. Ihr wisst es, eine Vorgehensweise, die ich sehr gut finde bei der Street-Fotografie, weil wenn man an einer etwas belebten Stelle unterwegs ist, dann kommt schon irgendwann was. Und so ist es ja jetzt auch tatsächlich hier. Und das, ja, finde ich tatsächlich eine gute Lösung. Denn so konntest du den Frame vorher festlegen und hast jetzt quasi diesen Läufer hier direkt an einer sehr guten Stelle im Bild zwischen diesen beiden Bäumen. Tolle Flucht von der Allee und vor allem ein sehr schöner, harter Kontrast, der dem Bild wirklich richtig gut tut. Die Tatsache, dass der Himmel fast weiß ist und der Rest hier vorne fast im Schwarzen absäuft, ist hier eine gute Lösung, wie ich finde. Gut gemachtes Street-Foto. Axel Lange hat mit mir gemeinsam in Shanghai fotografiert. Ja, Axel. Schöne Szenerie. So die klassische, ich sag mal, Fischverkäufer-Szenerie. Die junge Dame hier, die verkauft dort ganz offensichtlich getrockneten Fisch, wenn ich das richtig sehe und richtig erkenne von hier. Und irgendwelches sonstiges Meereszeug, sag ich mal. Ja, und so klassisch. Also Kippe geht immer und so mega motiviert sieht sie auch nicht aus, aber ja, gute Szenerie, gut gemacht. Jetzt vielleicht noch ein bisschen Paralleler davor stehen können. Also unten die Kante von dem Tresen, an dem sie hier sitzt, die hätte vielleicht ein bisschen parallel noch durchs Bild laufen können. Kannst du da noch nachträgen, noch ein bisschen hinzerren, dann wird das ganze Bild ein bisschen verzerrt. Aber ehrlicherweise, die Proportionen von vor Ort kennt ja eh keiner. Schärfentiefe ist ganz okay. Wir sehen nach hinten durchaus noch, dass da auch noch einiges los ist. Gleichzeitig ist es aber auch nicht gestochen scharf. Das gefällt mir ganz gut. Ich nehme an, du hast die Gesichtserkennung benutzt. Die hat einfach an der Olympus wahnsinnig gut funktioniert. Ja, sehr schönes Asien-Streetfoto. Wer Bock auf Asien-Streetfotos hat, schau auf der Webseite vorbei, ff-fotoschule.de. Okay, dieses Jahr geht es noch Ende November nach Hongkong. Da war der Axel übrigens auch schon mit. Und nächstes Jahr dann wieder nach Shanghai oder Hongkong. Da stehen die Termine noch nicht. Da kannst du mir aber eine Mail schicken an frank-at-bestefotoschule-von-welt.de und dann nehme ich dich in den Asien-Verteiler auf. Bernd Sova hat eine Street-Aufnahme in einer Spiegelung, also in einer Fassade gemacht. Das ist immer natürlich interessanter, als einfach so gerade draufhalten, weil es eben einfach so ein bisschen verwirrender ist und man so ein bisschen mehr Sachen sieht. Wir sehen ja quasi die Doppelung des Hintergrundes, der so ein bisschen aussieht wie verwackelt im Prinzip. Das hängt damit zusammen, dass diese Fensterflächen natürlich in der Regel irgendwie Scheiben sind, die aus mehreren Gläsern bestehen und dann spiegelt sich das da häufig mehrfach drin. Gefällt mir ganz gut. Es gibt viel zu entdecken. Die beiden sind vielleicht nicht an der allerbesten Stelle im Bild. Hätte man vielleicht sogar noch auf der linken Bildseite ein bisschen was wegschneiden können und dann unten vielleicht noch einen kleinen Tacken, um im Format zu bleiben. Aber trotzdem ist es eine ganz schöne Szenerie und natürlich etwas, was man unauffälliger machen kann, als wenn man direkt drauf fotografiert, weil wenn man in die Fensterscheibe fotografiert, natürlich in der aller Regel niemand damit rechnet, dass man gerade fotografiert wird, wenn man auf der Straße läuft. Ganz anders ist die Birgit Stange vorgegangen. Die hat nämlich hier so ein Streetporträt gemacht von jemandem, der sieht nach Lebenserfahrung aus. Was trägt der da für eine Klamotte? Birgit, bitte sehr, sehr gerne hier unten in die Kommentare schreiben, wo ist das und warum hat der so ein abenteuerliches Outfit? Sehr schön mit der offenen Blende gearbeitet. In der Exif-Daten kann ich nicht sehen, was genau das für ein Objektiv war und wie du fotografiert hast, aber das gefällt mir sehr gut. Es ist natürlich das klassische Streetporträt. Wir sehen deswegen vom Hintergrund auch wenig. Es sieht mir auch überhaupt nicht weitwinklig aus. Ich vermute, dass das im Gegenteil mit wahrscheinlich sowas wie eine 70-200 oder sowas fotografiert ist. Ja, für so ein Porträt geht das schon mal, wenn man denn sozusagen trotzdem irgendwie in Kontakt getreten ist. Ich finde die Tatsache, dass hier so bildmittig ist, das Porträt gar nicht schlecht. Ich finde auch die Unschärfe vorne auf der Hand mit der Kippe in der Hand eine gute, ja, ein gelungenes Streetfotoporträt. Von Christian Hellmich stammt diese Aufnahme hier. Okay, lass mich kurz gucken. Ja, es sind ja zwei, ich sag mal eher, wie soll ich das nennen, eher traditionell gekleidete, wahrscheinlich Mittel- oder Südamerikanerinnen. Ich weiß, es sieht so ein bisschen nach Kuba aus, ohne dass ich mich sehr gut damit auskennen würde. Plus diesem jungen Mann, der so ein bisschen stylisch gekleidet ist. Und im Hintergrund der Adidas-Store mit den Gittern davor. Das ist natürlich irgendwie so insgesamt ganz abgefahren. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Schärfe hier so ein bisschen gering ist. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, wenn ich ehrlich sein soll. Weil eigentlich, ja, eigentlich müsste genügend Schärfe da sein. Du hast es mit einer 160. fotografiert bei 24mm Kleinbild-Äquivalent. Das sollte doch problemlos möglich sein, da ein scharfes Bild zu erzeugen. Aber es wirkt so ein bisschen unscharf, es müsste wieder ein bisschen nachgeschärft werden. Oder vielleicht ist die Schärfe auch einfach an der falschen Stelle. Aber ich kann hier keine Stelle erkennen, wo das so richtig, richtig scharf ist. Farblich gefällt es mir. Ich finde auch den Frame gut dafür, dass du das wahrscheinlich im Vorbeigehen gemacht hast. Ist das gut gelungen? Denn wenn du da lange gestanden hättest, dann würden die natürlich in deine Richtung gucken. So ist das gut gelungen. Schön parallel zum Kamerasensor. Alles wunderbar. Ja, Detlef Boot hat in Indien einen Fischhändler fotografiert. Ja, sieht so ein bisschen anders aus, als das in Shanghai, wenn ich ehrlich sein soll. Und trotzdem sieht es auch so ein bisschen nach Fisch aus, ja. Detlef, was dabei ganz gut gelungen ist, dir ist zum einen die Bearbeitung. Die ist schön kontrastreich und gefällt mir ganz gut. Und ich mag auch den Blickkontakt von ihm zu dir, zur Kamera. Das von oben herab fotografieren ist natürlich nie die beste Richtung, um Menschen zu fotografieren. Und dass der Typ noch dahinter steht, das gefällt mir, wie gesagt, gar nicht. Also die junge Dame, die dort links am Bildrand steht, die gibt ja mit dem Herrnzeichen auf dem Rücken der Aufschlagspielerin vom Beachvolleyball, die gerade hinter ihr aufschlagen möchte, noch ein Zeichen, wo hinten serviert werden soll. Aber der, der jetzt hinter ihm quasi aus der Schulter rauswächst, was der da macht, ist mir ein Rätsel. Und so, weißt du ja, Scherz vor Seite. Aber das, das ist halt nicht so richtig gut. Und ehrlicherweise, diese Waage, die unten links nur so ganz leicht ins Bild reinragt, ist auch nicht gut. Ich wäre wahrscheinlich ein Stück weiter nach links gegangen und hätte versucht, die Waage in den Vordergrund zu nehmen. Einfach, um noch mehr Bezug zum Fischhandel hinzubekommen. Schwarz-Weiße Meinung gefällt mir ansonsten. Es ist halt wie bei so einem Streetfood, da können immer Dinge schief gehen und das ist auch hier passiert. Das kann man manchmal auch nicht ändern. Aber, ähm, ja, da würde ich mir einfach wünschen, dass es noch ein bisschen aufgeräumter wäre, in diesem Fall. Dann haben wir von Hans Nater eine Einsendung. Und das ist hier irgendwie jemand von einem, ich sag mal, von einer Faschlingskapelle. Sag ich jetzt mal, also, in meinem norddeutschen Leichtsinn nenne ich das Ganze mal Faschlingskapelle. Also jemand, der eine Trompete, Posaune, keine Ahnung, bläst. Ähm, ja. Ich mag das Bunte tatsächlich nicht. Ich mag auch die Spiegelung in der Brille. Die gefällt mir. Ich mag, dass du so nah dran gewesen bist. Auch hier fehlen die Exif-Daten. Das sieht mir auch nach sehr langen Täler aus. Das hat natürlich, äh, ganz wenig mit der klassischen Street- und Reportagefotografie zu tun. Ähm, was mir am meisten missfällt, ist von dem Nebenmann, der Nebenfrau, dieses, dieses Leuchtgelbe, was ich da sehe. Also ich weiß gar nicht, wo das herkommt, das Leuchtgelbe, aber das gefällt mir nicht so richtig gut. Ansonsten finde ich es eine schöne Fasnacht-Karneval-Faschings-Szenerie. Horst Neumann hat irgendwo im Watt fotografiert. Schön minimalistisch. Aber man gefällt mir mit den, ähm, Fählen dort im Watt und denen, die da stehen und Ausschau halten quasi ins leere Watt und sich beraten, ob man denen, der Spur der Pfähle folgen soll oder nicht. Ich, ich mag den Vordergrund hier vorne. Ich mag es, dass du so viel Platz gelassen hast. Vielleicht hätte es sogar noch ein bisschen mit der Kamera runtergehen können, sodass die drei Personen nun nicht genau auf, äh, Hüftknochenhöhe durchgeschnitten sind vom Horizont. Aber gut bearbeitet, äh, schön, so gelassen im Prinzip, wie es wahrscheinlich auch ziemlich aus der Kamera gekommen ist. Wenig an den Kontrasten rumgeschraubt. Mir gefällt es. Dann habe ich hier eine Einsendung, die kommt von Jan. Der Nachname ist Espresso. Ob der wirklich Espresso ist, wer weiß das so genau. Ähm, auf alle Fälle hat der Jan auch irgendwo in Asien fotografiert und ich vermute fast, dass das Japan ist, äh, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, aber ansonsten ist natürlich auch viel zu entdecken. Das ist ja sozusagen auch das Schöne an so Stadtansichten, äh, also auch gerade in Asien muss man sagen. Es gibt natürlich viel zu sehen, wenn ich da so nach hinten gucke, auf die Werbetafeln oder auch oben rechts auf der Laterne die Taube, die man erst so auf den vierten Blick erkennt, die da sitzt. Oder links oben die Tatsache, dass man dort, ähm, irgendwie, was kann man da? Kann man sich fotografieren lassen oder Hochzeitskleider leihen und sich mit Hochzeitskleidern fotografieren lassen? Oder kann man sich eine Braut leihen und sich mit der Braut fotografieren lassen? Äh, keine Ahnung, was das ist. Vielleicht mag jemand anrufen. Ähm, warte mal. Vielleicht mag ja jemand anrufen und mal nachfragen, was da los ist. Ah ja, auf alle Fälle kann ich, wenn ich da oben rein zoome, schon mal sehen, dass wir uns in Japan befinden, aufgrund der Webadresse. Das ist nämlich little-magic.iap. Die Telefonnummer wäre 0338359343. Ähm, also ich würde brennt interessieren, was machen die da? So, aber es ist viel zu sehen und, ähm, ich finde es auch schön, dass du es ein bisschen farbig gelassen hast. Es hat auch einen ganz guten Bildschnitt. Ähm, die Linien laufen halt so Richtung Zentrale hinten. Alles soweit wunderbar. Jens Jankowski hat dieses Foto hier eingesandt von jemandem, der in irgendeinem Straßencafé sitzt und seine nackten Füße auf dem Nachbarstuhl hat. Ähm, das finde ich ja, ich persönlich in so einem Straßencafé unangemessen, wenn ich ehrlich sein soll. Und, äh, auch nicht so schön für den Nächsten, der sich darauf setzt. Aber, äh, das nur hier so am Rande. Ein schön harter Kontrast. Aber auch hier gilt, es sieht mir nach sehr viel Brennweite aus. Ich gucke mal schnell nach, 105 Millimeter. Das heißt, du bist schon auch noch ganz schön weit weg. Dadurch ist das mit dem Straßencafé halt auch nur so marginal zu erkennen, ne? Also da wäre ja bestimmt im Hintergrund noch jede Menge los. Was auch nicht bildunwichtig wäre. So, ahnt man Straßencafé aufgrund des Bistro-Tisches, der rechts steht. Und den, die so andeutungsweise hinten, äh, oben im Hintergrund sitzen. Aber, ja, so eine richtige Straßenszenerie ist halt auch nicht. Ähm, mir gefällt auch hier tatsächlich der schwarze-Weiß-Kontrast. Von Jens Wichmann haben wir diese Einsendung hier. Und das ist in London fotografiert. Das nehme ich den Bildtitel. Das finde ich sehr schön minimalistisch. Ich mag auch den Kontrast aus den beiden hier. Also der Asiatin und dem Kollegen hier im Vordergrund. Das gefällt mir sehr gut. Ich finde seinen Style auch abgefahren. Aber, ja, gut, dafür ist London jetzt ja nicht ganz unbekannt, dass Menschen sich verrückt anziehen. Ähm, besonders die Schuhe finde ich ganz, ganz abgefahren. Ähm, auch hier gilt so ein bisschen der Hintergrund. Mit dem rechts am Bildrand, dem dunklen Menschen, der da noch geht, kann ich sehr gut leben. Das ist wunderbar. Aber hinter ihm, hinter seinem Kopf ist hinten noch was Dunkles. Ich vermute, dass da noch jemand geht, steht oder ähnliches. Das finde ich so ein kleines bisschen schade. Ähm, und, ähm, hätte ich vielleicht versucht, darauf zu verzichten. Und ich finde tatsächlich auch das Rot, was oben rechts in der Ecke ist, und die blauen Socken von dem, der da rechts am Rand geht, so ein bisschen störend, wenn ich ehrlich sein soll. Da würde ich wahrscheinlich an der Farbe noch was ändern, sodass das eher in Richtung Schwarz geht. Ähm, trotzdem so eine ganz gute Szenerie. Jörg Pöhlmann hat dieses Foto hier geschickt. Das sieht so ein bisschen gestellt aus, Jörg. Kannst du gerne in die Kommentare schreiben, wenn das so gewesen sein sollte. Das ist überhaupt nichts Verwerfliches. Das kann man durchaus machen. Ähm, was wir sehen, Es sind zwei junge Männer, die so ein bisschen mit geschlossener Armhaltung und Körpersprache dastehen und sich selber nichts mehr zu sagen haben. Und im Hintergrund zwei weitere junge Männer, die, ja, die so ein bisschen hintereinander stehen und nicht nebeneinander und sehr viel offener wirken. Und das macht wahrscheinlich auch das Bild aus. Besonders auch, weil der Rechte im Vordergrund vor den beiden im Hintergrund steht und die so eine Dreierkonstellation bilden und alle auch so ein bisschen in die selbe Richtung gucken. Das ist schon wirklich ganz nett gemacht. Vielleicht hätte ich tatsächlich noch links den Bereich, wo das nächste Schaufenster anfängt, weggeschnitten und oben die schwarz-dunkle Kante vom Schaufenster weggeschnitten. Dann wären wir noch etwas mehr im Geschehen und das Bild wäre noch etwas aufgeräumter. Jürgen Pötke hat dieses Foto hier eingesandt. So, und das ist hier aus Versehen reingeraten. Das schmeiße ich nachher nochmal raus. Das kommt ein andermal dran. Lino Palazzo hat dieses Bild hier eingesandt und, ja, hier ist fotografiert worden mit 50 mm MFT. Das sind also, sagen wir schnell, 100 mm Kleinbild. Ja, Lino, auch das ist natürlich so ein bisschen abgeschossen, wenn man ehrlich ist. Der Kontrast hier ist halt sehr hell. Also du hast einen hohen Kontrast, aber es sind sehr viele Flächen sehr, sehr hell. Vielleicht war es ein bisschen zu hell. Was mich beeindruckt, ist die Tatsache, dass wir sehr stark, oder ich zumindest sehr stark in dem Gespräch zwischen diesen beiden im Vordergrund gefesselt bin und erst auf den dritten Blick gesehen habe, dass oben rechts noch jemand mit ins Bild reinschaut. Das finde ich gut. Das ist eben tatsächlich so, dass das mich überrascht hat, dass ich den überhaupt nicht so bemerkt habe, obwohl ich ja eigentlich immer erst mal den Rand abscreene. Ich finde den Hintergrund auch schön weich insgesamt. Das ist natürlich auch der langen Brennweite geschuldet. Der ist natürlich trotzdem auch so ein bisschen, so ein paar Sachen wie, dass ihm so dieser Ring aus der Nase wächst, hier dem der rechts steht und der links so in diesem Schatten steht und diese Schattenlichterverlängerung, die über seine Stirn läuft, hinten in diesem Strauch endet. Dahinter dann noch so ein dunkler Baum und so weiter. Das ist alles nicht ideal, aber ja, es regt auch alle Fälle dazu an, sich mit dem Bild zu beschäftigen und sich zu fragen, worüber schnacken die beiden da. Dann haben wir diese Einsendung von Matthias Hanke. Der hat in Ljubljana auf dem Markt fotografiert, wobei der Markt anscheinend gerade zu Ende ist, so wie das aussieht. Und hier eine der Händlerinnen mit dem Rest abzuppelt und ihrem Fahrrad. Ja, so eine typische triste Marktszenerie, das mit den Tauben und dem hier liegen gebliebenen Salatblätten und so weiter. Das ist alles wunderbar in Ordnung, wenn ich ehrlich sein soll. Ich mag es auch, dass wir hinten tatsächlich diese Stände sehen, die zusammengeräumt sind. Aber ich wäre halt an einer Stelle unbedingt weiter nach rechts gegangen. Einfach drei Schritte nach rechts, sodass die junge Dame jetzt nicht direkt vor diesen Brettern steht. Also das ist halt leider sehr, sehr unglücklich, finde ich. Dass sie halt mit dem gesamten Oberkörper vor diesem Bretterstapel ist, das finde ich nicht so gelungen. So, da wir die Bilder ja immer nur im Thumbnail angucken, bevor wir die rumsortieren, haben wir hier eins, das passt auch nur bedingt in diese Folge. Aber ich möchte trotzdem was dazu sagen in dieser Folge. Also am Ende ist es Veranstaltungspotografie, vielleicht auch so ein bisschen Distrikt, sonst dürften Straßenkünstler ja auch nicht mit reingeraten. Tja, was wir als erstes mal sehen, ist eine Landschaftsaufnahme und eine Person und Hunde, ganz offensichtlich bei einem Schlittenhunderennen, die extremst unscharf sind. Das ist dem geschuld, dass du mit einer 60. fotografiert hast. Das Bild ist übrigens von Rudolf Werner Walgau. So, dummerweise kann ich auch ansonsten wenig Schärfe sehen, wo ich mich frage, wo ist die Schärfe eigentlich hingeraten? Also warum ist nicht scharf? Bei so einer 60. sollte man eigentlich noch einigermaßen scharf fotografieren können, zumal du das mit 45 mm gemacht hast. Also das sollte gerade noch so gehen. Sein Spielstabdisator sehe ich, ist auf Schwenken eingestellt gewesen. Also wenn das ein Mitzieher sein sollte, dann ist er extrem misslungen. Also ich frage mich, was soll das Ganze? Also es hat keine Schärfe, das ganze Bild hat keine Schärfe und hier vorne, die sind halt extrem unscharf. Natürlich kann ich erkennen, was das ist, aber es ist halt weder ein gutes Mitzieherfoto, noch ein gutes Actionfoto, weil eben auch der Hintergrund nicht richtig scharf ist. Das hätte ich so auf keinen Fall hier eingereicht. Silvia von der Wolke hat hier von oben in eine Küche fotografiert. Dem Bild fehlt auch insgesamt Schärfe, wenn ich ehrlich sein soll. Überall fehlt es hier an Schärfe und es ist auch sehr stark komprimiert. Also ich weiß gar nicht, warum ist das so? Es ist wie ein PNG, warum ist das so unfassbar komprimiert? Keine Ahnung. Was mir aber völlig klar ist, ist, dass es ein viel besseres Foto ist, weil wir haben eine ungewöhnliche Perspektive und hier ist auch gar nicht ganz so dramatisch, dass die Schärfe auf dem Ganzen fehlt, weil wir können alles wunderbar erkennen, was es ist. Also auch hier ist der Koch unschärfer als der Rest, weil der sich anscheinend noch mehr bewegt hat, als beim Komprimieren hier kaputt gegangen ist. Und wenn ich ehrlich sein soll, wahrscheinlich hätte ich an einer Stelle Silvia noch ein bisschen weiter nach unten geschwenkt und hätte auf die obere Küchenzeile verzichtet, sondern das Riffelblech ihn und hier vorne die Anrichte mit den Salaten zum Hauptmotiv erklärt. Aber auch so ist es, finde ich, ein doch recht gutes Foto. Thomas Bachmann war, ich vermute das einfach mal, in Namibia unterwegs. Ja, das ist auch nur so semi-Street, weil du hast dann im Prinzip die Bushmen, die Saan besucht und dort im Living Museum wahrscheinlich fotografiert, so wie das aussieht. Das ist aber okay. Das hast du auch sehr schön hinbekommen, finde ich. Es hat eine gute Anmutung, das Bild. Wir haben eine gute Schärfentiefe, die eben über die Person hinweg reicht und alle mit in der Schärfe mit einbindet. Das gefällt mir ganz gut. Trotzdem haben wir noch ganz gut Unschärfe im Hintergrund. Sehr schönes Licht auch. Alles wunderbar. Für die, die mit nach Namibia fahren wollen 2020 und über die Planung auf dem Laufenden gehalten werden wollten, hier für alle, die die jetzt auch noch mitfahren wollen, das wird sehr wahrscheinlich der Spätherbst 2020 werden. Wir haben ursprünglich mal geplant gehabt, gleich im Frühjahr zu fahren. Das ist mir ehrlicherweise zu knapp und mein Frühjahr ist schon so voll. Aber ich plane jetzt den Spätherbst 2020. Wenn wir so ein paar zusammenbekommen, dann wird das auch stattfinden. Insofern, wenn du da mitfahren möchtest, schick eine Mail an Frank at bestefotoschule von welt.de. Dann nehme ich dich in den Namibia-Verteiler auf. Von Sascha Pfiel haben wir hier als letztes diese Woche ein Foto, das ist im März an der Ostsee gemacht. Das entnehme ich dem Bildtitel. Ich bin erstaunt, was da schon los ist so im März an der Ostsee, am Strand. Also zumindest mal auf dem Sand. Also an der Promenade kann ich mir das immer noch alles gut vorstellen. Ich bin ja nun auch Kind der Ostsee durch die Nähe des Wilbiger Bucht. Alles gut. Aber hier finde ich schon wahnsinnig viel los. Auch wirklich direkt am Strand. Ich mag deine Schwarz-Weiß-Umwandlung. Ich mag diesen sehr, sehr harten Kontrast. Und ich finde es auch ganz schön, dass wir nach hinten raus so ein bisschen abfallende Schärfe haben und man sich so ein bisschen fragt, wo ist das eigentlich genau in der Ostsee? Was ist das? Und so weiter. Das hast du eigentlich alles ganz gut gemacht. Und diese düstere Stimmung passt auch ganz gut insgesamt, finde ich, zur See und zu dem, wie du den Himmel mit der Vignette versehen hast und so weiter. Ich finde das tatsächlich hier in dem Fall ein ganz gutes Drehtfoto. Ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Besonders, wenn du hier bis zu Ende zugeschaut hast, dann freut mich das immer wahnsinnig, weil tatsächlich ist es so, dass die Schauzeiten oft bei diesen Bildbesprechungen bis ziemlich ans Ende gehen. Und das ist wirklich mega. Welches YouTube-Video wird schon bis ganz zum Ende geguckt? Vielen lieben Dank dafür. Daumen nach oben für dich da draußen. Ich wünsche dir auf alle Fälle eine tolle Zeit, einen tollen Samstag, ein schönes Restwochenende. Genieße so die letzten halbwegs sommerlichen Tage. Und geh auf die Straße und fotografiere. Halte deine Umgebung fest, denn das Ganze kann später mal richtig interessant für diejenigen werden, die sich das in ein paar Jahren anschauen. Insofern wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Streetfotografie. Hab eine gute Zeit. Und dann immer schön an Denken. Wir zwei, wir sehen uns wieder.